Man nennt mich Van Damme. Man nennt mich so, weil ich wie er 200 Liegestütze am Stück mache. Wie viel schaffst du so am Tag? Du brauchst mir keine Zahl zu nennen, wenn du nicht willst. Aber wissen musst du sie. Du solltest gerüstet sein. Du solltest trainieren. Du solltest nicht auf andere hören. Hör immer nur auf dich selbst, auf deinen Bauch, nicht auf den Kopf. Bauch, hab ich gesagt. Und jetzt hör mir zu. Sie labern dich voll, von wegen, du lebst im Frieden. Sie labern dich voll, von wegen, Krieg gibt es nur am anderen Ende der Welt. Sie labern dich voll, von wegen, du sollst glücklich sein. Sie labern dich voll, du sollst dankbar sein. Sie labern dich voll, du sollst ihnen deine Stimme geben. Sie labern dich voll, von wegen, du hast Rechte. Sie labern dich voll, wahre Freiheit und Demokratie sind nur so zu erreichen. Sie labern dich voll, Kapitalismus heißt Freiheit plus Demokratie. Plus, ich weiß wieder was. windshieldien schau b 수 jusqu Challenge zum Jochen. Sie labern dich voll, wenn du mit dem Öl an sich vor, dass du dich aufdаюсь mit einem. Sie können sich in einem Defense messen lassen. Sie können sich im Schnauf zusammenfallen. Sie können sich durchschnittlich sein und Personen finden sich. Sieten dich. Sie finden 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 dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017